Die Angeklagten und ihre Zeugen sind sowas von wack und ich hab keine Ahnung, warum die überhaupt noch hier sind. Und Ghostbusters 2 ist ein guter Film, I don't care. Sorry, ich hab grad die Aufmerksamkeit. Jedenfalls, passt auf! Ich präsentier euch einer der Pillen, die ich damals genommen habe. Ich verdiene Schmerzensgeld, weil die chaoshhaft wirken. Und die einzige Art, wie ich das beweisen kann, ist diese hier. Oh. Passiert da noch was? Ja, 30 Minuten später. What the fuck, Jacko? Das war's. Vielen Dank.